Hallo, heute haben wir den Michael Weiße eingeladen und das Thema geht um den Kappler, Bewährungsanschluss Kappler. Michael, was ist denn der Bewährungsanschluss Kappler? Ja, beim Kappler verbinden wir im Grunde zwei Betonstähle miteinander über eine Gewindemuffe, die wir hier mal sehen. Okay. Diese Gewindemuffe wird auf einen Betonstahl aufgebracht, auf dem zuvor für uns ein Gewinde aufgebracht wurde, was wir jetzt hier mal sehen. Und so wird das Ganze verbunden, also der Rufenstab mit dem Gewindestab wird so miteinander verbunden, um eben eine Weiterführung des Betonstahls zu gewährleisten. In der Praxis ist so, wenn wir uns jetzt mal hier eine Schalung anschauen, dass im Grunde zum Beispiel mit so einem Nagelteller, der hier aufgenagelt wird, an der Position, wo der Stab sein soll. Der Stab wird aufgeschraubt, dann wird dieser erste Betonierabschnitt betoniert. Nach der Betonage wird dann die Schalung entfernt und auch der Nagelteller wieder runtergeschraubt. Und dann eben im zweiten Betonierabschnitt der Anschlussstab eingeschraubt. Bis zum Anschlag, mit oder ohne Drehmoment. Und dann wird eben hier die Platte anbetoniert. Michael, wie wird denn das eigentlich sonst üblicherweise gemacht, so eine Verbindung? Ja, also immer der klassische Weg ist einfach mit einem Übergreifungsstoß zu arbeiten. Da würde jetzt im ersten Betonierabschnitt quasi der Betonstab überstehen über die Schalung. Also ich muss irgendwie die Schalung durchdringen oder mit einem Abschaltelement dafür sorgen, dass die Bewährung eben hier durchgeführt werden kann. Steht dann auch nach dem ersten Betonierabschnitt eine gewisse Zeit lang über, was eine gewisse Verletzungsgefahr auch birgt. Und würde dann eben im zweiten Betonierabschnitt mit einem klassischen Übergreifungsstoß, wo eben je nach Durchmesser und Verbund des Betons eben eine Übergreifung des Anschlussstabes stattfinden muss, gelöst werden. Was ist der Übergreifungsstoß eigentlich? Ja, wir haben das mal ein bisschen plastisch hier dargestellt. Also wenn ich jetzt zwei Stäbe verbinden würde, so wie hier, stumpf auf stumpf, ja, wie soll das gehen? Also der eine Stab hat Zug, der andere auch. Also da wird keine Kraft übertragen werden können. Um in dem Beispiel mit diesen Seilen zu bleiben, wäre der Übergreifungsstoß jetzt quasi eine, ja, sozusagen längere Naht, wo zwei Zugseile überlappend hier genäht werden. Und das ist eigentlich das, was klassisch im Betonbau stattfindet, dass ich eben zwei Betonstäle habe, die mit einer gewissen, einer gewissen Übergreifungslänge dann eben, ja, diese Naht nachbilden. Wobei die Naht dann der Beton ist, der eben dafür sorgt, dass beide Stäbe eben ihre Zugkraft auf den jeweils anderen Stab weitergeben. Okay. Mit dem Kappler sind wir dann, um in dem Bild der Seile zu bleiben, dann eigentlich in dem Bereich von einem Knoten, ja, der halt einfach wirklich hier extrem stark die beiden Seile verbindet, beziehungsweise eben mit unserer Muffe hier dafür sorgt, dass eben diese Überlappung wegfällt und wir hier eine direkte Verbindung der beiden Betonstäle haben. Michael, du erzählst ja immer von dem Barbreak. Was bedeutet das eigentlich? Ja, Barbreak ist eigentlich, dass wir sicherstellen wollen oder müssen, dass der Stab selber reißt, dass wir eben nicht durch diese Muffenverbindung oder durch das Gewinde auf dem Stab hier eine Sollbruchstelle erzeugen, sondern wirklich garantieren können, dass der Stab selber reißt bei einer Zugprobe. Das haben wir hier in einem Video mal schön gezeigt. Man sieht jetzt hier eine Zugprüfung und sieht jetzt in diesem Bereich schon sehr gut dieses klassische Einschnüren, was bei einem Versagen von dem Stahl stattfindet. Also die Muffe selber, die Schraubverbindung ist stabiler als der Bereich, wo man jetzt hier gleich, man sieht jetzt schön die Einschnürungen immer weiter voranschneiden, dann eben dem Bruch, der Stab ist und das ist eben Barbreak. Also wir garantieren, dass immer der Stab reißt und nicht unsere Verbindung. Okay, wie wird denn das jetzt hergestellt eigentlich? Ja, da haben wir auch nochmal eine kurze Beschreibung mitgebracht. Also im ersten Schritt wird der Stab kaltverformt, gestaucht, was einfach das Gefüge des Stahls durch die Kaltverformung ändert und verbessert. In dem nächsten Schritt wird dann der Betonstahl geschält, dass ich eben eine glatte, gute Oberfläche habe. Und dann wird das Gewinde auch nicht geschnitten, sondern gerollt. Und durch dieses Aufstauchen und Aufrollen des Gewindes habe ich zum Beispiel bei einem 20er Stab einen M22 Gewinde. Also ich habe hier ein größeres Gewinde, größer als der Stab ist und mit dieser Kaltverformung. Dadurch ergibt sich eben dieses Barbreak, weil ich einfach eine stabilere Verbindung habe als der freie Stab. Was muss man denn jetzt bei der Montage von den Kaplern beachten? Ja, zum einen natürlich, dass die Gewinde vernünftig verbunden sind, dass ich die richtige Größe nehme, klar. Aber es gibt im Grunde zwei Grundanwendungen. Also wir haben zum einen, dass ich die beiden Stäbe verbinde. Ja, wirklich bis zum Anschlag, handfest das Ganze anschraube. Das garantiert mir schon den eben gezeigten Barbreak. Also mit einer handfest auf Anschlag verschraubten Verbindung erreiche ich eigentlich immer den Barbreak. Hier gibt es eine Anschreckung, man sieht es hier im Bild. Ich habe da einen Schlupf, der größer als 0,1 Millimeter ist. Also Schlupf heißt einfach, wenn jetzt hier Zug und Druck draufkommt, wechselhafte Bewegung, dass hier eine minimale Bewegung ist. Die ist aber für viele Sachen gar nicht dramatisch. Wenn ich jetzt aber, ich sage mal, im Bereich Erdbeben bin, wo eben, oder dynamische Lasten, wo eben Bewegungen auftreten, da ist eben in der Zulassung vorgeschrieben, dass ich den Schlupf auf unter 0,1 Millimeter reduzieren muss, was eben auch neben der Erdbeben und dynamischen Belastung für eine Riffbreitenbeschränkung wichtig ist. Und das ist dann erforderlich, dass ich, wie es im rechten Bild zu sehen ist, hier einen Drehmomentschlüssel benutze und das Ganze dann zusätzlich noch mit einem vorgeschriebenen Drehmoment wirklich anziehe und dadurch eben den Schlupf minimiere auf unter 0,1. Ja, und für jeden Stabdurchmesser gibt es dann eben entsprechend verschiedene Drehmomente, die hier auf dem Drehmomentschlüssel entsprechend aufgetragen sind und die muss ich dann eben entsprechend des Durchmessers aufbringen, um den Schlupf, wie gerade beschrieben, zu minimieren. Jetzt gibt es ja da unterschiedliche Biegeformen und Typen. Was hat denn das auf sich? Ja, klar. Im Grunde sind wir wie ein kleiner Biegebetrieb, der baustellenbedingt alle Biegeformen herstellt, die möglich sind. Wir sind da natürlich auch an die Norm gebunden, was Biegerollendurchmesser angeht, 4DS, 7DS, 10DS, je nachdem, was eben hier statisch berechnet wurde und erforderlich ist. Wir sehen jetzt hier einfach mal einen Überblick über verschiedene Biegeformen, die möglich sind und dann immer die verschiedenen Kombinationen mit Muffe als Startstab oder mit Anschlussgewinde oder mit zwei Muffen, wo dann an zwei Seiten angeschlossen wird. Und ja, da gibt es eine riesen Vielfalt von Möglichkeiten. Aber an sich immer auf dem Eint, eigentlich dem Kappler und dem Stab, immer aus der Kombination. Genau, es ist immer die Kombination aus meistens der Standardmuffe und einer Biegeform oder eben der Ankerteller, die Reduziermuffe, wenn ich jetzt vom Durchmesser schlanker werden möchte und eben auch eine Anschweißmuffe, um an ein Stahlbauteil anzuschließen. Ja, das sehen wir jetzt hier mal. Wir haben jetzt einfach mal bei uns in der Werkstatt das mal zusammengebrutzelt, würde ich schon fast sagen, weil da natürlich ein paar mehr Anforderungen gelten. Es ist ein Material, was eben die Kombination aus einer Schraubverbindung und einer Schweißverbindung herstellen muss. Und da muss man eben, was die Schweißanforderungen angeht, ein bisschen mehr machen, als was wir jetzt hier gesehen haben. Da geht es um Vorwärmen und gewisse Sachen, die hier eingehalten werden müssen. Michael, du sprichst ja immer von der Stahlreduktion. Wo soll denn die eigentlich jetzt stattfinden? Ja, wenn man sich jetzt mal hier dieses Beispiel anguckt, eine Stütze, wo ich eben einen hoch bewährten Bereich habe. Die Stahleinsparung, klar, das ist jetzt jeweils diese Übergreifungslänge, die ich bei jedem Stab jetzt machen müsste, wenn ich jetzt, ich sage mal, konventionell hier betoniere. Bei so einer Stützenbewährung ist es halt so, teilweise ist das gar nicht darstellbar, weil durch diese Übergreifungsstöße die Abstände zwischen der Bewährung, der Bewährungsgrad viel zu hoch wird. Ich kriege vielleicht Probleme mit dem Randabstand, mit der Betondeckung. Also dann ist es in Teilen gar nicht möglich, das so klassisch auszubilden. Und ein weiterer Punkt ist, gerade bei einer Stütze, wenn man sich vorstellt, die Last wird ja nach oben immer weniger, dass dann teilweise Reduziermuffen verwendet werden, wo ich dann eben von einem großen Durchmesser unten reduziere, auf einen kleineren Durchmesser oben, um einfach auch da nochmal Stahl einzusparen und das Ganze zu optimieren. Was gibt es denn jetzt bei der Schalung zu beachten oder was gibt es denn eigentlich für Justierungs- oder Befestigungsformen für den Kappler? Also bei Frank hat man ja den großen Vorteil, dass wir durch unser großes Portfolio halt wirklich auch Produktkombinationen machen können. Zum einen, klar, ich muss jetzt den Kappler in einem gewissen Abstand auf die Schalung bringen. Wenn man sich das jetzt vorstellt mit dem Nagelteller, den wir vorher hatten, und ich will jetzt hier in verschiedenen Abständen in einer Höhe das da auf die Schalung bringen, das ist natürlich sehr fehleranfällig, sehr, 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 sehr mühselig irgendwo. Da gibt es dann eine Schalbox für, wo eben die Abstände der Kappler von uns vorgefertigt werden und die dann auf die Schalung in Reihe genagelt wird, was man jetzt hier mal sieht. Also diese Abstände sind auf Kundenwunsch vorkonfektioniert und ich habe jetzt hier, ähnlich wie die Stahlbox, einen einreihigen Kasten, der in der Regel 1,25 Meter lang ist oder auch nach Kundenwunsch entsprechend Längen hat, wo dann eben die Abstände horizontal entsprechend vorgefertigt sind. Und dann im nächsten Schritt aber wirklich mit einer Stahlbox, die ich kombiniere, wo dann auch die vertikalen Abstände, wie in dem Beispiel, vorgegeben sind und da einfach die Muffen schon an das Stahlbox-Blech und den Deckel befestigt sind. Und da vielleicht auch nochmal kurz der Hintergrund oder Unterschied zwischen Stahlbox und Kappler. Ich habe hier natürlich jetzt die Möglichkeit, Durchmesser 16 und größer zu verwenden, was bei der Stahlbox eben nicht mehr möglich ist. Ich kann hier nicht mehr das vernünftig ausbiegen. Die Lasten wären für den Stahlbox viel zu hoch und da kommt eben hier die Kombination aus einem Stahlbox-Kasten und einem Kappler-Schraubanschluss dann in dem Beispiel hier zum Tragen. Okay, jetzt gibt es ja noch weitere Formen. Ja genau, wenn ich jetzt, ich sage mal, wirklich in einem Bereich Bodenplatte wäre ich zum Beispiel bin, wo einfach auch der Abstand zwischen den Kapplern deutlich größer ist, weil ich jetzt mit einer Stahlbox nicht mehr abbilden kann, dann haben wir eben hier die Kombination aus einem einreihen Stahlbox-Kasten und dazwischen eben Stremaform unser Abschallprofil, was dann zusätzlich zu dem guten Verbund, den Stremaform einfach bietet, nochmal auch eine Verzahnung nach Eurocode darstellen kann und ja, ich eben hier ein super Paket habe aus Abschallung und Schraubanschluss. Das Ganze gibt es jetzt auch nochmal in der Kombination wieder auf einem Stahlbox-Einreihiger-Kasten mit den Abständen und in der Mitte, was wir hier sehen, das ist unser Fugenformprofil, was eben auch eine Verzahnung nach Eurocode bietet und eben hier sowohl in vertikaler Richtung als auch in horizontaler Richtung in dem Beispiel zusätzlich noch eine Verzahnung geleistet. Super. Danke dir, Michael. Sehr gerne, Pisa. Jetzt haben wir ja wieder was mit dem Umfang gehört über den Kappler, was es für unterschiedliche Verbindungsteile gibt, was der Barbreak bedeutet und was für weitere Kombinationen wir mit Max-Frank-Elementen hinkriegen können. Danke, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.